Moin, heute ist es mitten in der Früh. Es ist 9 Uhr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin im 6 Uhr aufgestanden. Ich bin so müde. Schau, wie die Sonne aussieht. Perfekt. Bam. So schön. Ach, du Heilige. Es scheint. Die Sonne scheint. Perfekt. Ich sehe wie ein Holzkorb aus. Und so weiß man, in der Früh, kann man ja echt die Sonne genießen, ne? Boah, was ist das? Boah. Ich sehe wie ein holler Dunkerbauer, der gerade in den Garten reinschaut und alle sagen, Hals, Mau. Ja. Schön. Diese Bienen, die verbreiten sich in Deutschland, ey. Diese Bienen.